hallo ihr lieben ich hatte ja versprochen dass wir mit diesem wunderschönen papier noch mal arbeiten und heute ist die perfekte gelegenheit dafür denn ich möchte eine karte basteln eine wasserfallkarte und ich finde es sehr lustig dass ich mein eigenes video angeschaut habe um mich zu erinnern wie geht die technik noch mal ich habe dazu nämlich schon mal ein video gemacht da habe ich geschenkkarten da rein gesteckt und und das als als gutschein verpackung genutzt und das will ich auch heute tun nur heute sind es eintrittskarten und ich habe mich entschieden dass ich sie das ist das was man abreißt umknicke dann kann ich besser ein besseres format wählen und ja wir legen jetzt gemeinsam los ich bin wie immer komplett unvorbereitet das heißt ihr bekommt mit was ich jetzt wie rechne das erste was ich mir mal aufschreiben notiere wie auch immer ich muss mal gucken ob ich hier zufälliger weise irgendwo ein schmierzettel rumfliegen habe ja schaut doch mal das können wir doch schon perfekt nehmen ist dass ich einmal zumindest grob ausrechnen wie groß diese tickets sind die sind 10 x 16, irgendwas das reicht mir schon als maß 10 also ticket bis 10 x 16,3 nicht wichtig so das heißt das papier muss ja auf jeden fall breiter sein und ich will es hinterher eine karte reinpacken ich würde jetzt die frage ist ob 14 reicht 14 finde ich gut das heißt ich würde die papier also was ist mein hintergedanke mein hintergedanke ist ich habe werde gleich mit sicherheit oder meine vorstellung ist dass die grundlage eine 15 x 15 karte sein könnte also eine geradeartige karte und da habe ich nichts breiteres als 15 damit man aber von der karte was sieht war jetzt überlegung 14 und da das ticket 10 hat und man ja von dem papier noch was sehen soll bin ich jetzt auf 14 also karte dürfte 30 x 15 sprich 15 x 15 gefaltet sein und also die grundkarte klappkarte wie auch immer ihr es nennen wollt und das das sieht überhaupt ja ihr seht genug das muss ich gleich noch x und was mache ich mal direkt sonst vergesse ich dass ich kenne mich das wäre sehr unangenehm und den man schönen schwarzen stift ich überlege ob ich nur dass da ich sie kann ihnen ach gucken was die karten kosten aber man streicht fällt trotzdem durch so haben wir das was ich reinpacken will in die klappkarte sind eben die wasserfall karten und diese karten würde ich jetzt mal gestart gestalten oder die größe 14 x ach 16,3 das kann aber nicht euer ernst sein neuer problem doch das stimmt das hier ist 10 dann passt das schon mal auf keinen fall in eine 15 x 15 karte gut dann basteln wir etwas eigenes dann komme ich auch mit 14 nicht hin also da können wir das schon mal vergessen schön man sollte sich selbst ernst nehmen na gut wir basteln uns selbst eine karte so wenn 63,3 das maß ist ich will dass das ganze da rein gesteckt wird mache ich eine lasche ich könnte auch ein schlitz machen schützt er auch lustig ne ich mache eine lasche ich könnte ein band machen wir machen ein band 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 ist gut man könnte sogar ein doppelschlitz machen ihr wisst wieder nicht wovon ich rede wir kommen dazu später schlitz doppelschlitz oder band das schneide ich mir mal einmal kurz auf das kann man immer noch überlegen wie breit die karte sein muss die muss ja dann schon mal mindestens so dann machen wir doch eine karte aus dem dina 4 blatt das ist 21 x 29,7 das reicht ja niemals das ist 21 x 15 wir können es probieren ihr seht man muss am anfang sich einfach gedanken machen was ist die die grundlage die ich erarbeiten will und das mache ich ja immer gemeinsam mit euch damit ihr seht wie man sowas errechnet weil eure karten haben ein anderes format vielleicht oder eure gutschein haben anderes format so 16,3 ist das maß das heißt ich würde jetzt mal auf 19 gehen 19 mal ja 19 mal 12 so und das ist die grundlage wie wir das papier und dann würde ich auf mindestens mal 12 gehen ja 19 mal 12 sondern das ist die grundlage wie wir das papier hier zuschneiden das schneiden wir nämlich jetzt auf 19 mal 12 und wir suchen uns jetzt papier aus welches mir persönlich am besten was vorder und rückseite angeht gefällt und da habe ich schon ganz klare favoriten wer mich kennt weiß schon genau was ich suche das gefällt mir auch gut weil das so ein schöner unterschied ist zwischen hell und dunkel das gefällt mir gut dann logischerweise das ist ja gut zu wissen stimmt ich erinnere mich so ich glaube ich brauche ich brauche eigentlich nur drei karten aber je mehr karten desto cooler wird es eigentlich nehmen wir das ist auch schön das ist zwar hier sehr krass aber die seite gefällt mir sehr gut und das ist ja die rückseite aber schreibe ich auf die lasterfälle alles drauf macht ja nicht so viel sinn ich habe ja nur zwei ich brauche nur zwei für die gutscheine eigentlich nur eine klappe für den gruß könnte noch eine zweite klappe machen für die unterschied aber mehr als vier brauche ich echt nicht so das heißt welches packe ich weg ich glaube ich würde dazu tendieren tatsächlich das hier weg zu packen das ist mir hierzu feingliedrig und hier habe ich jetzt einen schönen unterschied ich würde sogar tatsächlich so machen auch in der reihenfolge das hat man jetzt mal einmal auf seite die rückseiten werden dann so eine andere reihenfolge schöner können wir da noch was tauschen nicht so gut das bringt mich viel das würde gehen aber ich hätte eigentlich gern das da außen dann wäre das zu unterst das wird man dann gar nicht sehen versteht ihr was mein problem ist ich hätte ganz gerne so eine abfolge von hell dunkel ich glaube so gefällt es mir am besten wir machen das genauso so das heißt ich schneide jetzt so eine idee war das muss halt wenn das aufeinander voll gut aussehen und das sollte sich so ein bisschen abwechseln das ist für mich das dunkelste das ist für mich das hältst du die meiste weiß fläche die wenigste weiß fläche hier haben wir auch relativ hell und das ist ja so ein mittel ding und dann passt das finde ich ganz gut wir schneiden das ganze jetzt zu auf 19 x 12 ich bin gespannt ob das alles so klappt wie ich mir das vorstelle die 12 ist das kleinste problem das papier ist 30,5 x 30,5 das hier muss längst sein das heißt da schneide ich die 12 ab ich sollte nicht alle auf einmal schneiden maximal 2 sonst ist das und ich entscheide mich komplett durchzuschneiden manchmal tricks sicher damit das papier nicht ganz so eingeschränkt aber hier würde ich jetzt tatsächlich einmal wieder ölen noch ein video mit euch drehen wo ich zeige wie man die schneide maschine ausrichtet das sieht doch ganz gut aus vielleicht wären zentimeter mehr sogar auch nicht schlecht gewesen aber glaube dann kriege ich ein problem mit der karte mit der karten grundkarten größe die ich jetzt gehen und nicht ausgerechnet habe das machen wir erst zum schluss das ist sowieso eine empfehlung die ich geben kann so dann kürze ich das ganze noch auf 19 dafür nutze ich dieses lineal was hier ist aber ich glaube ich nehme eine hellere seite hat sich jemand gemerkt die reihenfolge habe ich sie mir gemerkt das ist die frage ich das nehme ich jetzt wieder drehe 19 wie sie sehen sehen sie nichts dass man das problem auch so muss dann dass man die markierung nicht sieht größer machen so mal 19 ich hätte natürlich auch ausrechnen können dass ich 11,5 abschneiden muss ich bin so gut 30,5 weniger 19 ich mache das leben vielleicht einfacher dass ich einfach 11,5 abschneiden muss ich nicht markieren und dann müsste ich jetzt gleich große haben das wollte ich zuerst dann das und zum schluss das das sieht man nicht die klappen sich um ja es bleibt dabei dass es so schöner ist ihr werdet gleich verstehen was ich meine ach interessant sehe ich jetzt erst ist das gleiche muster nur umgekehrt ich bin manchmal ein bisschen langsam es ist weiß auf grün und grün auf weiß genau das gleiche muster die rückseite jedoch nicht das soll mir recht sein so das nächste was ich tun muss ist eine ein mechanismus haben auf den ich das ganze aufklebe da nehme ich jetzt nicht dieses schöne papier das wäre zu schade sondern dann nehme ich ein festeres anderes papier das sollte eine gewisse größe haben ich gucke mal gerade ob ich nicht einfach hier so eine karteikarte nehme ich glaube das mache ich sogar ist das fest genug ich versuche mich gerade zu erinnern wie wichtig es war dass es fest ist also dass es eine dicke starke eine einen hohen gramm gehalt hat ich glaube ich würde doch einen tacken dicker nehmen ja ich tendiere ich nehme lieber ein bisschen dicker jetzt ist die überlegung was besser ist ich könnte ein block ein ein glatt aus diesem block nehmen 250 gramm oder aus diesem block und ich überlege gerade das muss sich gut falzen lassen und dabei nicht brechen ich glaube 300 gramm ist zu krass ich glaube da würde das hier schon reichen 250 gramm und wir gucken jetzt mal wie es sich beim falzen verhält zudem versuche ich mich gerade zu erinnern die grundmaß also ich habe ja 12 cm und dann war das das ist dieses wie wollen wir es nennen mechanismus der ist 12 plus 1 plus 1 plus 1 weil wir drei vier blätter haben das erste ist hier drauf und wir machen sogar 11,9 plus 1,1 warum das wenn ihr mein altes video anschaut werdet ihr es sehen weil man sich an der breite des doppelseitigen klebeband orientiert und meins hat 0,9 als würde 1 gehen ich will noch ein sicherheitsmillimetern geben plus 1,1 plus 1,1 und dann noch mal plus 2, irgendwas das heißt wir sind bei 13 14,1 15,2 machen wir doch 16 manchmal 2,8 dann haben wir 16 cm also ich brauche in der länge 16 cm und die breite gar nicht so rasend wichtig aber stabilität erreiche ich halt dadurch dass ich ich habe in dem letzten video gesagt zwei drittel da das hier 19 breite es wäre so zwei drittel quasi so auch so 12 12 ist eigentlich gut dann machen wir 12 mal 16 das papier hat eine dann nehmen wir doch die 12 und der rest kann sich sogar entwickeln überlege ich gerade na komm ich schneide es jetzt schon auf 16 ungefähr es ist nicht so wichtig sei denn ich habe mich gerechnet dann wird es ganz schnell wichtig das ist der mechanismus und da klebe ich die unterste karte gleich zuerst auf und danach falls ich sie zu kurz aus bin gespannt ich nutze wie immer mein falz brett meins ist von fisca ist man kann aber auch einfach mit lineal und einem stumpfen gegenstand sich die rillen ritzen das ist genauso möglich nur wer so ein professionelles oder wer so ein hilfsmittel hat er nutzt es auch das wäre viel bastelt da lohnt sich was habe ich denn gesagt ich habe gesagt 11,9 eigentlich ganz praktisch wenn man sich das aufschreibt 11,9 dann plus 1,1 ist 13 14,1 ich sagte das ist zu kurz doch verrechnet ja schon vorher festgestellt 13 14 ja ja klar plus 2,8 ist nicht 16 kam mir das kurz vor aber nicht schlimm ich hoffe noch schneide ich einfach noch mal 12 und dann schneide ich nämlich nicht aber es war nämlich auch noch mein gedanke gewesen schneide es nicht habe ich kann es hinterher immer noch kürzen ach ja so wir starten noch mal 11,9 und mal wieder der gedanke schneide ich raus oder nicht aber ich lasse es wieder drin 14,1 und 15,2 und dann würde ich auf 18 schneiden ich mache mir das mal einmal durch eine falz kann ich dann nachher schneiden das was jetzt tatsächlich wichtig ist ist das ist ordentlich nach klick das ist total lustig ich gucke mir ich habe ich gucke mir durchaus auch mal fremd videos an und ich weiß ja jetzt dass die falls dann in die andere richtung geknickt werden sollen das macht aber niemand wenn ihr euch mal videos anguckt dann geht das hinterher niemand muss ich erst mal gucken ob das auch wirklich nicht bricht selbst wenn jetzt hier ordentlich bearbeite ob das gut hält weil das ist wichtig weil es wäre doof wenn das brechen würde ich hätte es noch mal sehr bewusst ganz häufig nach falzen einfach um zu gucken weil das ein action papier ist und da muss man mal mit der qualität immer ein bisschen aufpassen aber hier bricht nichts das ist gut und dann können wir anfangen mit aufgeben ich richte mir das an der unterlage aus und überlege ob ich mit flüssig kleber arbeit oder mit doppelt seinem klebeband was sagt ihr glaube ich würde sogar zum flüssig kleber tendieren ich denke nur darüber nach ob ich tatsächlich meine präzisions flasche nehmen oder ob ich die große flasche nehme also wir haben hier den knick ja wobei komme ich arbeite mit doppelseitig klebeband weil ich dann besser an die rille dran kann das mache ich das heißt hier ist die falls da will ich drunter bleiben auf keinen fall drüber kleben um den mechanismus nicht zu stören ein streifen unten und einen streifen in die mitte ihr seht ich drückt das fest an dann lässt sich das doppelseitige klebeband besser lösen also die schutzfolie und dann klicken wir auch ich hatte es doch gerade schon ausgerichtet klebt nicht an mir ich würde so rum kleben das war die rückseite noch und war das jeweils 3,1 bisschen drüber stimmt wirklich was ich in meinem letzten video gesagt also in dem video gesagt habe die erste seite ist die schwerste weil man sich gar nicht so ich überlege gerade eigentlich braucht man sich doch gar nicht so eine mühe zu machen eigentlich ist wichtiger dass es gerade ist als dass es rechts und links gleich ist weil man diesen mechanismus doch hinter ähnlich sieht dann ist es doch eigentlich sondern hier unten ist jetzt der millimeter den ich gelassen habe und jetzt kommt das schmale dünner dass das hier war ja eben mit dem ich gearbeitet habe das ist nämlich breiter dann hätte ich breitere streifen machen müssen das hätte ich auch tun können und jetzt klebe ich hier so dass ich auf keinen fall den mechanismus störe also schön zwischen die beiden falls linien auf und dann kommt das jetzt und da kann ich einfach an die falls linie dran so dass es gerade ist und ansonsten orientiere ich mich an dem papier darunter kurz kommen dann nehmen also ein stückchen dran das ist jetzt so lang ist klar klassiker und wir nehmen die nächste seite und die falls oder an die falls man kann sich so hier ein bisschen ausrichten sowohl an den rändern als auch hier ist es auch noch perfekt mit dem muster dann sehe ich auch noch genau dass ich es richtig mache und den letzten das ist er die die hauptsache die wir jetzt erwartet haben der rest und jetzt die feinheiten weiß nicht warum ich so schön da finde ich glaube es gehört andersrum mir gefällt es so besser dann möchte ich gerne aus meinem eigenen video lernen hatte ich nämlich letztes mal noch einen ein popa eingebaut so fächert sich das gleich auf schön so hier wird der mechanismus eingeklebt warum muss das eigentlich kurz sein ist eigentlich auch rufe weiß ich gerade nicht mehr so jetzt haben wir hier noch so einen lustigen streifen über würde der denn nicht reichen der fühlt sich lustigerweise dünn an und ich fände es schön aber das können wir ja bekleben haha das machen wir weil ich wollte nämlich gerade sagen ich finde das zu weiß aber dann kleben wir da gleich noch designpapier drauf das machen wir und wir kleben das hier fest ich versuche mich gerade zu erinnern ob es wichtig ist dass das hinten kurz ist das werden wir ausprobieren so einmal geschüttelt und konzentriert jetzt muss ich euch doch erst mal eine frage stellen wie wichtig ist es euch den mechanismus grundsätzlich verstanden zu haben oder wäre es euch eigentlich viel lieber sogar wenn ihr konkrete maße hätte ich bin ja echt der nerd oder der monk der sagt ich will die technik verstehen damit ich sie auf alles anwenden kann wie eben diesmal jetzt diese eintrittskarten und deswegen ist es für mich wichtig schneide ich das jetzt ab oder kann ich nicht sogar grundsätzlich verwenden also ich ist das nur mir wichtig oder sagt ihr nee das ist doch total super hilfreich zu wissen wie was wo das würde mich mal einmal interessieren das dürft ihr mir mal beantworten ich arbeite jetzt erstmal so weiter wie ich es mag und möchte ach so genau ich habe gesagt ich nehme diese lasche aber ich beklebe sie dann kann ich sie aber erstmal aufkleben ich klebe sie das seht ihr jetzt ein bisschen schlecht hier an und zwar auch wieder mittig ich richte mich wieder aus ich nehme jetzt die gesamte lasche auch wenn ich sie geteilt habe das ist aber völlig egal und jetzt mal gerade wie rum ich arbeite ob ich ja das mache ich war darüber nachdenken auf welche seite ich das doppelseitige klebeband anbringe ich bringe es hier an jetzt auch umgekehrt machen können aber ich mache es jetzt tatsächlich hier und ich mache es sogar quasi im viereck also ich bringe es einmal rundum an um eine möglichst starke stabilität zu haben ich denke noch kurz darüber nach wann ich den streifen verziere aber ich glaube das kann ich jederzeit so ich lege ihn an ich klebe ihn auf und jetzt werde ich es in diesem bereich weiß gerade nicht wie ich das zeigen soll ich zeichne es einfach also ich zeige euch hier werden wir gleich mit klebeband arbeiten das wird die klebefläche sein mit der wir es auf der karte befestigen weil das hier bewegt sich ja also ich versuche es nochmal zu zeigen das hier wird gleich festgeklebt und dann bewegt sich das so mein kater sagt einmal hallo genau also das hier bewegt sich und das heißt dementsprechend das schiebt sich halt hier drunter das ist jetzt hier ist das papier dementsprechend haben wir nur diesen bereich zum kleben bevor ich diesen streifen verziere den man ja dann sieht wenn ich ihn raus ziehe also immerhin bis dahin sieht man ihn würde ich jetzt mal überlegen auch welche karte ich es klebe jetzt könnte ich natürlich auch das papier als grundkarte nehmen natürlich tatsächliche überlegung dann hätte ich ja keinerlei probleme mit der größe ich jetzt sage das ist meine grundkarte das wäre doch tatsächlich eine überlegung weil ich habe ja auf keinen fall eine karte in der groß aber ich habe was anderes ich habe natürlich dieses hier also ein dina 4 blätter ist jetzt für mich die frage das grau ich habe doch auch so ein block mit dunkelgrün mal gucken ob der zufälligerweise passt so und zwar ist das hier meiner meinung nach ja der vorgänger von dem hier und dieses grün passt nicht das glaube ich könnt auch ihr durch die kamera erkennen bei der vorgängerversion guckt mal das ist doch wieder für gemacht das ist die frage ob es groß genug ist das ist jetzt die frage ich kann natürlich tricksen wie breit bin ich denn ich bin ja gut ich bin halt bei über 15 das heißt es ist nicht groß genug das heißt ich müsste etwas anbauen oder aber ich habe noch größeres papier als a4 das ist gar nicht so viel größer aber manchmal sind die die zentimeter das entscheidende also das ist schon 32,5 x 22,5 ist von marpa jansen und gucken wir doch da mal ob wir da ein passendes grün haben was ich noch nicht benutzt habe aber das habe ich schon verwendet dann gucken wir ob wir einen anderen farbton haben der passen könnte das ist schon langweilig das ist auch zu dunkel ne pass mal auf dann tricksen wir lieber mit dem weil das andere papier passt ja perfekt ich könnte höchstens über hell nachdenken und dann bekleben das ist natürlich auch eine möglichkeit aber das ist tatsächlich creme und das hier ist ja doch weiß und weiß war nicht dabei sondern dieser creme ton mein kater möchte unbedingt dass ich wieder haare mit verschicke verschenke du möchtest wieder mit auf die karte ja komm dann nehme ich dann werden wir hier raus eine klappkarte machen indem wir es gibt jetzt verschiedene möglichkeiten wie wir das lösen ich denke gerade darüber nach welchen mir am besten gefällt ich habe eine ganz pfiffige idee ich glaube auf die habe ich total bock das ist eine technik die ich eh schon immer mal ausprobieren wollte und das nutzen wir jetzt das machen wir jetzt das heißt ich orientiere mich einmal das ist noch gar nicht wichtig mit rechts links gleicher abstand unten nehme ich ein bisschen mehr abstand ich habe erst überlegt dann mache ich unten auch gleich abstand aber dann wird mir die lasche zu klein also ich möchte schon eine vernünftige lasche haben das heißt dass ich ungefähr hier falzen werde gucken ob ich das auch sehe gerade wenn ich deinen mensch genau danke wenn ich dich mit falzen soll solltest du langsam mal verschwinden so liebe welt jetzt spätestens sehen wenn ich das falze dass das eben zu kurz ist wenn ich das jetzt da rein klebe aber wobei das sieht ja auch cool aus darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht aber ich möchte trotzdem was anderes machen das machen wir auch und zwar haben wir jetzt hier was haben wir denn da 12,5 cm ist gar nicht so wichtig ich wollte nur ungefähr wissen dass ich so die hälfte abschneide also 6 cm was ich ungefähr die hälfte habe können noch 6,5 machen wir können auch genau die hälfte nehmen die möchte ich nochmal abtrennen und dadurch dass wir so ein doppelseitiges papier haben ich habe noch eine andere idee arbeiten wir mit dem doppelseitigen papier das ist doch eine total klasse idee also man kann jetzt ich nehme euch mal mit ich habe so viele gedanken gleichzeitig also das gibt die karte und jetzt habe ich ja verschiedene möglichkeiten wie ich diese lücke überbrücke ich kann einmal mit einer klarsichtfolie arbeiten dann sieht man schon was hier drin das finde ich total spannend dann könnte ich natürlich auch einfach eins von den papieren also ich hätte natürlich logischerweise hätte ich das auch verlängern können aber das ist ja gar nicht notwendig weil wir ja so viele andere möglichkeiten haben ich kann jetzt zum beispiel ich hatte doch eben das fein geputete papier das könnte ich jetzt zum beispiel hier jetzt entweder auf oder dahinter kleben mit so einem kleinen rand und das könnte man ja sogar von innen sehen das sieht ja wohl toll aus das machen wir sogar wir kleben das vorne drauf und jetzt denke ich das machen wir schon nicht dabei ich habe so viele gedanken wir machen das als mattung wir nehmen diese blümchen das wird doch mega nehmen das als mattung wir können ja hier diesen rand hier außen auch wiederholen kleben das ganz normal auf als ob es ein durchgehendes papier wäre abgesehen davon dass wir natürlich in der mitte keine klebe aufbringen und innen sieht man dann die pünktchen oder herzchen ich weiß ja noch nicht ein pünktchen sein das finde ich großartig das machen wir so was haben wir denn jetzt gelernt wie viele zentimeter wir hier haben das sind 17 ne kommt nicht zeichne ne das sieht man auf dem papier wieder nicht 17 und hier haben wir eine breite gehabt von wenn mich nicht alles täuscht von 21 war das so ich hoffe euch ist das video nicht zu chaotisch ach so ja klar das ist ja das din a4 bleibt natürlich haben wir eine breite von 21 21 ach entschuldigt ich bin heute echt unkonzentriert 21 mal 17 ich schreibe das auf bei der unkonzentration ist das besser 21 mal 17 und innen drin haben wir haben wir eine breite von 19 die hatten wir ja geschnitten so das heißt wir haben zwei zentimeter rand das heißt wir machen außen die mattung 19 mal 15 irgendein rechenfehler müsste passen das glatt gibt zweimal ich schneide jetzt mal ganz mutig wobei ich schon zugeben muss mir schon was einfallen lassen mit dem ein zeichnen ein ich muss mir vielleicht irgendwann sogar mal eine größere schneidemaschine besorgen die weiter reicht oder die auch so ein ausklapphebel hat gibt es mit alle maschine die ein ausklapphebel hat so das war 19 und jetzt wollen wir noch 15 und dann hoffe ich dass es erstens passt und zweitens ich euch jetzt zeigen kann falls ihr es noch nicht so ganz raus hattet was meint die frau dass ich euch das jetzt zeigen kann ich hätte es einen tacken breiter machen können dass man hier nichts sieht ich habe zuerst die 19 geschnitten schade ich überlege ob ich es hinkriege hier einen halben zentimeter abzuschneiden oder ob ich mir noch einen tacken breiter damit man es nicht sieht was ich hier gerade tue das wäre jetzt schon cool ich gucke mal ob ich hier ein ganz klein bisschen abschneiden kann dann habe ich es auch gleichzeitig begradigt ich habe natürlich jetzt hier mehrere schichten das gleiche hier auch aber hier ist es gerade eigentlich müsste das schon reichen diese zwei millimeter dass da nichts darunter vorblitzt ja das reicht schon lediglich die überlegung wie ich es aufklebe und ob ich noch eine mattung mache ach guck mal mit einer mattung ich habe das problem gar nicht da hätte ich gar nichts abschneiden brauchen dann brauche ich jetzt aber die nach fünf ist zu klein bei dem mars noch mal ein weißes blatt haben wir aber haben wir haben wir haben wir machen was auch richtig edel jetzt ist die mega karte so eine kleine weiße mattung komm ich habe doch eh die maße aufgeschrieben dann müsste ich es doch auch schneiden können 4 mm oder 5 mm komm wir nehmen 5 mm dann habe ich 19,5 x 15,5 ich zeichne es doch ein geht schneller ich will einfach einen kleinen weißen rand ungefähr so und schneide dementsprechend einmal dort und einmal dort und dann können wir anfangen lustig zu klären ach nee das machen wir nicht wisst ihr warum wir es nicht machen wenn man dann die rückseite die pünktchen nicht mehr sieht und dann wird der fisch ja weg nee dann arbeiten wir ohne mattung es sei denn das habe ich noch nie getan es sei denn ich schneide hier ein innenmaß raus die idee finde ich hervorragend das ist jetzt noch mal arbeit und vor allen dingen mit risiko verbunden weil ich muss jetzt entweder mit lineal und cutter arbeiten und da bin ich nicht gut drin das verhaue ich gerne mal oder aber ich nehme von meiner pfalzmaschine das den schneidemechanismus das mache ich schon gar nicht hingelegt den schneidemechanismus ich muss mal gucken wo ich den habe und schneiden so das machen wir also ich habe hier diese pfalz klinge drin und es gibt das ganze auch mit schneide klinge damit arbeite ich nicht so gern ich muss jetzt auch mal gerade einmal ein probeschnitt machen wie scharf das noch ist doch das funktioniert und es kommt aus es hält auch es ist nicht die ganz richtige klinge dafür aber es funzt so ich möchte einmal das richtige papier nehmen das müsste dieses sein und ich will ja jetzt mindestens mal zentimeter rand lassen wie mache ich das denn jetzt am besten hat man eben eine kreative idee wie jetzt so die einfachste lösung ist ich hätte da eine ich weiß nicht ob sie einfachste ist aber es ist jetzt meine einfachste ich gehe einfach hier hin und zeichne wir müssen ein bisschen rand lassen weil ich ja auch kleben muss es muss ja auch halten also gehen wir mal hier hin und dann nutze ich mal wieder mein geodreieck zum linien zeichnen und man wird die bleichstriche hinterher nicht mehr sehen denke ich weil da ja papier drauf klebt ich könnte jetzt auch mit dem cutter messer arbeiten nein kommt nicht arbeitet es ist mir tatsächlich lieber hier mit da kann ich bin das nämlich genau in die mitte legen und ihr wisst ja wenn das schlimmste ist und dieses symbol zeigt mir ich schneide bis dahin und dann schneide ich bis da jetzt kann ich das nämlich einfach einmal drehen wieder das in die mitte legen und ihr wisst ja wenn das schlimmste was passieren kann ist dass das gleich irgendwas davon nicht funktioniert hat dann gibt es auch dafür eine lösung natürlich selbst gespannt boah das wird eine mega karte mir fällt gerade auf dass das farblich überhaupt nicht hier zu passt aber das knallt dann schön so dann können wir das nämlich hier aufkleben und dann sieht man nichts mehr von den bleichstrichen cool oder und die rückseite ist dann die sieht auch noch edel aus dann wollen wir doch jetzt mal alles zusammenkleben genau und ich nehme flüssig kleber und ich weiß ich kann ja hier am rand gut auftragen nicht zu weit nach außen und dann kann ich das cover aufkleben wobei ich weiß noch nicht ob ich das cover bereits schon aufkleben sollte das ist ja jetzt quasi die der aufleger von dem cover ich verstreiche es mal einmal ein wenig damit gleich nichts rausquaddelt und es ist übrigens ein trick wenn ihr das so verstreicht dann zieht der kleber schneller an weil er jetzt ja nur noch ganz dünn ist und dann kümmern wir uns als erstes oder als nächstes darum schlitze zu machen ich hatte ja am anfang schon erwähnt dass es verschiedene möglichkeiten gibt wie wir die gutscheine die tickets oder was auch immer ihr dort präsentieren wollt einfügen können möglichkeit eins wäre zum beispiel dass wir hier liegen so einen streifen nehmen und das entweder so kleben oder einen längeren streifen so kleben und das auf die art und weise festmachen also hier und da festkleben und das darunter klemmen das ist eine der möglichkeiten eine weitere möglichkeit ist dass ich eine lasche mache wie bei dem ursprungsvideo wo ich das reinstecke nächste möglichkeit ist dass ich hier einen schlitz rein mache und es durchschiebe dann sieht man das halbe tickert und ich ziehe es dann raus und die möglichkeit die ich gerne machen möchte die ist wir arbeiten mit einem doppelschlitz und jetzt habe ich mir überlegt hahaha das hätte ich vielleicht vorher überlegen sollen ich habe es mir ja sogar vorher überlegt aber ich muss mir meine kleine schneidematte greifen ich habe nämlich noch so eine kleine ich habe mir das vorher überlegt aber das noch offen gelassen das hätte ich vielleicht doch bis zu ende führen sollen und jetzt möchte ich hier gerne zwei schlitzer einführen ich setze die karte jetzt relativ hoch damit man sieht ja gleich sonst die unterseite von dem ticket und das möchte ich nicht und jetzt möchte ich striche machen oder schlitze ziehen das trifft viel mehr aber ich mache jetzt erstmal striche weil ich ernsthaft darüber nachdenke ob ich mit einem bleistift arbeite oder ob ich sogar na komm ich arbeite mit einem bleistift ich sehe dann gleich nur wieder nicht sehr viel also ich möchte ungefähr hier und ungefähr hier und schlitz machen warum da weil dann das hier abgedeckt wird es wird also nichts abgedeckt wieder der titel noch noch das datum das finde ich ganz cool so jetzt arbeite ich wieder mit meinem geodreieck und mein geodreieck hat so eine metallkante das heißt da kann ich theoretisch zumindest nicht ins plastik reinrutschen und kann dann auch das lineal nicht kaputt machen gerade gucken ob ich meine markierung wieder finde habe ich mir nämlich gedacht da ist eine ist die andere drüber oder drunter dass man das so schlecht sieht jetzt muss ich mal gerade einmal gucken besser wäre es wenn ich von der anderen seite arbeiten würde weil ich dann noch diese hilfslinien nutzen kann und ich möchte jetzt mal auf ich mache das jetzt folgendermaßen das ist noch einfacher da soll das ticket hin und ich möchte gerne einmal dort einen schnitt machen und ich muss ich mache mal gerade von 8 nach 8 von 8,1 zu 8,1 also ich habe ja hier ein zentimeter maß das muss ja relativ eng sein obwohl es ja damit nicht raus rutscht so ich orientiere mich jetzt hier damit es parallel ist das sieht gut aus und ich habe gesagt 8,1 bis 8,1 hier ist ja nichts drunter was ich jetzt mit durchtrennen würde ja nicht verrutschen das ist so verrutschen wollen wir nicht 8,1 nicht verrutschen bis 8,1 ungefähr und jetzt wollen wir parallel gehen können sogar rein theoretisch ist wieder drunter schieben und wir wollen ungefähr das passt doch gut ungefähr da also dass hier die linie ist das ganze gerade einmal noch mal gerade ausrichten dann auch wieder ungefähr 8,1 das hat super funktioniert boah das messer ist super ich habe von einem von euch geschickt bekommen und dann kann ich das nämlich hier einweben jetzt kann ich auch direkt gucken ob ich es zu locker gemacht habe nein das ist perfekt schaut mal ich kann nochmal eine bleischiff markierung wegradieren die man jetzt natürlich sieht vorher nicht es ist sogar fast ein bisschen locker ich kann sogar gleich dann ein bisschen strammer arbeiten und das machen wir jetzt auch direkt und hier ist das tolle dass ich mich direkt am muster sogar entlang hangeln kann das heißt das zweite ticket mal schauen wenn ich diesen streifen hier nehme hier und hier dann habe ich eigentlich den perfekten den perfekten abschnitt so jetzt überlege ich ob ich andersrum arbeite weil ich hier kippel jetzt wende ich mir das wieder jetzt habe ich doch ich weiß wo da hier war es ich habe mir nämlich schon gleich stift markierungen gemacht der streifen und dann richte ich mir das all mittig aus das heißt ich gucke dass rechts und links quasi der gleiche abstand ist oder die gleiche zahl das ist jetzt hier 9,5 und ritze jetzt mal sogar nur von 8 bis 8 8 bis 8 bis 35 da drüber nochmal ach ach acht richte das genial wieder aus orientiere mich an dem muster sehr praktisch und mache ich glaube ich muss gar nicht so fest drücken ihr seht ich arbeite nicht so häufig mit cutter messern heißt ich habe da irgendwie verrutscht da gerne ich krieg das nicht so gut hin aber das hier ist ein cooles ding mal gucken ob ich auch nichts kaputt gemacht habe hier soll das ticket hin ja das ist auf jeden fall strammer das ist ein tag zu stramm da muss ich noch mal einmal nachritzen das ist jetzt das welt sich etwas und dann achtung nicht vergessen das noch mal drunter zu legen wirklich nur millimeter mehr mal gucken ob das jetzt hat er schon gereicht perfekt so und dann kann ich das nämlich genau ausrichten und hier rutscht es ein bisschen da würde ich damit es nicht mehr rutscht jetzt mal einmal ich habe so ein remover tape das ist das hier mal einmal kurz hier das antagern ok cool man sieht die tickets nicht also ich habe sie hoch genug geklebt und dann kann man das so arbeiten das was jetzt noch fehlt ist eine verzierung auf dieser klappe das weiß ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht genau was ich da nehme das wäre gar nicht schlecht aus das könnte ich mir vorstellen ich könnte aber auch mir vielleicht sogar so was vorstellen oder ich nehme ganz anderes müsste was hatten wir denn noch was hatten wir denn noch ich hätte natürlich eine idee ich konnte hier das nehmen das wäre auch echt cool gewesen aber das passt nicht weil das ist ja wie so ein natur also wie ein fotomuster und das passt nicht so gut das ist das was wir haben ich muss ja eigentlich nur die raussuchen die ich noch doppelt habe weil das sind die die ich noch nicht verwendet habe ich glaube alle anderen habe ich quasi drin so und hier haben wir das gefällt mir aber nicht mehr machen wir es anders dann nehmen wir tatsächlich die punkte nur mal gucken ob ich irgendwo ein restpunkt habe und würde da eine mattung machen genau und wir kleben ist auf das heißt man sieht tatsächlich nur bis zu diesem strich und ich schneide ab gleich ungefähr ach so das sollte ich schon vorher wissen und dann kommen wir jetzt zum thema ein kleben welche reihenfolge erstes cover ja das ist einfacher darf sie das stückchen soll ja bündig das seht ihr jetzt nicht mit der karte enden als ob es eine normale klappkarte wäre und ich glaube damit mir das jetzt nicht hier 15 mal hin und her rutscht fixiere ich mir das einfach das erscheint mir am sinnvollsten einmal hier drauf weil da kann ich ja eh keine klebe aufbringen sondern die klebe muss so gesehen einmal ein bisschen tricksen also hier 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 und hier hier kann ich die klebe aufbringen den teil muss ich frei lassen weil ja hier diese lücke ist dann machen wir das doch ich überlege ob ich noch mal mit dem habe ich nicht direkt mit der großen flasche arbeit weil ich muss ja jetzt gar nicht so präzise arbeiten ich glaube das ist einfacher und ich muss einmal gerade überlegen ob ich nur auf das weiße gehe und dazu würde ich tendieren ich kann es aber nicht richtig begründen warum weil ich hier noch mal ein hubbel habe also ich glaube dass das also auch wenn es nicht viel ist dass es hier darauf einfach besser zieht ihr merkt die flasche ist leer auch tacky glu noch mit einem roten deckel also ich kann hätte theoretisch hier auch aber wie gesagt dadurch dass das ein millimeter kürzer ist es ist nur die frage wann ich wieder sind in der band wieder abziehe das ist so hoch schnell korrigieren kriege ich das gleich noch von der anderen seite abgezogen das ist eine gute frage wie schnell muss ich jetzt arbeiten dass ich das lila band noch abgezogen kriege aber ohne dass mir das ganze verrutscht hat sich von alleine erledigt das problem es hat sich nämlich rausgezogen dann kann ich das jetzt auch vernünftig andrücken perfekt dann lasse ich das mal in ruhe trocknen und ich lege es mal so lange unter die matte drunter und wir tragen hier drauf was haben wir gesagt wo hier tragen wir das auf jetzt möchte ich das ticket ja nicht festkleben das heißt ein streifen hat sich noch mal verkleinert bzw ich könnte sogar dann hier irgendwie so ein bisschen tricksen das überlege ich mir gerade mal spontan also ich gebe auf jeden fall hier ich habe in dem anderen video erzählt dass ich mir angewöhnt hätte dass ich immer doppelseitiges klebeband runter packe das lustige ist dass ich das offensichtlich zwischenzeitlich wieder vergessen habe dass ich mir das angewöhnt habe ich fand das aber eigentlich ganz gut um die haltbarkeit zu erhöhen dass ich das mir vielleicht doch wieder angewöhne habe ich tatsächlich also kennt ihr das was euch dinge aus dem blick geraten die ihr gelernt habt oder euch überlegt habt dass ihr das zukünftig so machen wollt und dann irgendwann stellte fest ach da war ja was weil jetzt woanders seht in einem anderen video ich habe es jetzt in meinem eigenen video gesehen das ist natürlich noch peinlicher weil ich damit belegen kann dass es von mir selbst kommt so und jetzt ist die frage inwiefern ich hier noch das weiß ich ja nicht so recht so kurze unterbrechung jetzt muss ich erst mal wieder reinkommen ich weiß dass ich noch über irgendwas nachgedacht hatte ich glaube es war nichts wildes so dass ich einfach mit den routine sachen weitermachen kann das heißt einfach noch mal noch doppelseitiges klebeband auf das schaumklebeband wobei das ja verrückt also mir hatte jemand im kommentar geschrieben dass die schaumklebe wenn da bisher noch nie durch geschienen wären und er mit den doppelseitigen klebe wenn dann probleme gehabt hätte dass sie das echte darauf geklebt naja wenn ich sagen ach ja so wird darauf geklebt moment zack karte abscheiden machen wir hinterher und dann wird das hier reingeklebt ich sehe schon dass ich nicht noch mal gearbeitet habe hier so ein kleiner versatz drin ich zeige euch das gerade ich weiß gar nicht wo der her kommt aber so ein ganz kleiner versatz gucke ich mal gerade ob ich den nicht sogar noch vorher abschneide habe ich ja wohl da nicht so gut gearbeitet mit dem klebeband na komm den millimeter haben wir dann ist halt die laschen packen kürzer aber das ist mir lieber wie hier so was überstehendes überstehe doch ist es war nicht mehr ganz 100 prozent symmetrisch aber irgendwas ist immer warum ist das jetzt hier gewählt das finde ich jetzt spannend woher kommt dieses gewählt das weiß ich nicht so und jetzt kommt das in die falls und rechts und links der gleiche ab muss ich ein bisschen platz lassen damit das nicht stört nähne kommen wir geben es mal schnell ein und testen ist dann muss dann gegebenenfalls noch mal schnell zu lösen der erste klappt nicht um warum nicht doch jetzt schon okay funktioniert prima so dann verstärken wir jetzt noch moment das stört mich ich muss mal gerade einmal noch mal den preis ein bisschen mehr x da war der stift ein bisschen sehr durchsichtig so und hier mit dem hat auch nicht so gut gehalten warum mal gucken dass es jetzt fällt und jetzt wollen wir noch hier das verzieren das hätte ich vielleicht doch auch vorher das hat 5,5 cm das heißt wenn ich 5 cm nehme reicht das auf jeden fall und die länge schauen wir dann als nächstes 5 cm und dann muss ich ja auf jeden fall quasi über diesen punkt gesagt leben gerade gucken ob das so viel weiß ist eigentlich schön wenn es genauso viel weiß wäre das macht dann schneide ich mir noch mal einen etwas breiteren streifen ab ich mache jetzt erst mal 5,4 weil ich eher ein millimeter abschneiden kann als ein millimeter dran so und dann werde ich als nächstes es irritiert mich dass er teilweise die eine seite überschlägt aber jetzt nicht mehr jetzt ist er brav diese da warum überschlägt er da die eine seite manchmal aber nur manchmal so wir schneiden einmal ab dass das gerade ist dafür kann ich das hier einfach so weit zurück stupsen dass ich da gar nichts von abschneide warum sieht das jetzt schief aus habe ich ein knick in der optik ja das ist gerade mehr ziehen sollte man nicht ich überlege gerade ob ich da sogar ein stopp hinschreibe hier seht ihr das manchmal klappt der zwei auf einmal ein nur das passt dann ist die frage inwiefern ich noch ein stopp hinschreibe das entscheide ich gleich jetzt schneide ich erst mal ab und klebe es auf wie mache ich das am besten flüssigkleber ja dann kann ich es besser da drunter schieben und wir hatten uns für die punkte entschieden das hatten wir doch gesagt dass das schön wäre ich müsste mal hier den propf ab machen doch die kamera läuft ich dachte schon hat die kamera läuft nicht das wäre jetzt fatal gewesen vielleicht auch so schlecht hätte wiederholen können so ich schiebe das einmal darunter und kann es dann hier ganz entspannt festkleben und jetzt würde ich tatsächlich ein kleines stopp schreiben ich überlege gerade ob ich das ausstand für das mache ich sogar ich habe für sowas glaube ich den perfekten stand und zwar so ein etiketten stand und da kann ich hier zwei so ganz kleine aus stand und dann dort mit einem feinleiner in welcher farbe schwarzer schwarz ist am edelsten einmal ein stopp das ist nicht so tief schwarz ist nämlich zum weg radieren ich glaube tief schwarz fände ich schöner habe ich gerade aber alle mal wieder na wer möchte raten in der kurstasche sondern jetzt können wir einmal gucken welcher schreibt besser schwärzer der schreibt super schreibt auch super den ersten einmal ein stopp sieht nicht schön aus meiner schönen ein schon groß buchstaben aber schon vor lange stopp und ziehen pull hier komme ich mache deutsch aber bitte ziehen wir schon schöner hier ziehen bitte langsam ziehen gut dafür brauche ich feineren fineliner und ein neues ticket dann schauen wir uns den doch mal hier an ja so freund ist er auch nicht nach was man immer alles braucht aber ich hatte doch ein stift der auch archiv fest ist und der war doch ganz fein wir reden jetzt nicht darüber dass er nicht da sein soll wir gucken mal einmal was mit dem hier ist er schreibt auf jeden fall sehr sehr fein 0,25 aber irgendwie auch sehr hell und das ist sehr klein aber ich habe halt auch noch relativ wenig platz ich glaube für dieses ticket was wäre auch noch hätten hier ist der platz nicht groß genug also das stopp kommt ja auf jeden fall hier hin das können auch schon aufkleben vielleicht so rum und das andere sehr unfassbar aufgefallen noch keiner was von euch gesagt dass ich das ungleichmäßig auch lieber inzwischen und die klebe angezogen so und ihr seht was ich meine das ist zu groß kann ich natürlich dass auch komme ich zeige euch mal wieder was eine alte eine alte geschichte die wir schon in früheren videos hatten wenn ihr etwas habt was zu groß ist wie ich jetzt in diesem fall habe dann könnt ihr das einfach mit irgendeinem kleber ich glaube es ist sogar egal welcher muss gar nicht wie mobile sein aufkleben seht ihr das ja ihr seht was ich so und dann kann man das nämlich in den stand schieben und noch mal stanzen indem man ihn kleiner setzt ich muss ich muss gerade einmal darauf achten dass es parallel ist ich denke ich ganz gut aus und dann habt ihr das etikett kleiner gemacht guck mal das ja wohl super muss nämlich auch gar nicht ganz so jetzt überlege ich gerade welchen stift ich nehme schrägstrich wie ich schreibe nehme ich tatsächlich einmal einen bleistift und schreibe vor das ist immer lohnenswert wenn ihr sowas habt bitte langsam ziehen würde ich hinkriegen dann machen wir das doch nehmen mal die seite wenn die nix wird können wir immer noch die andere nehmen oder hier langsam ziehen ich bin das bitte schon schön bitte langsam ziehen pull hier sagt mal was was ist schöner kommen wir nehmen das bitte langsam ziehen bitte hier langsam ziehen da kommt viel zu lang es passt schon und so könnt ihr nämlich dann halt mit so stanzern aber auch stanzenn das funktioniert dort nämlich auch euch die maße zu tackern wie ihr sie benötigt so dann muss ich jetzt nur noch in anführungsstrichen das cover gestalten also hier möchte ich einen schriftzug drauf haben und hier möchte ich einen schriftzug drauf haben und hier möchte ich ein unterschriftenfeld haben das unterschriftenfeld wäre schön wenn das auch in irgendeiner form wäre wie groß dann nehme ich mir irgendeine geschwungene stanze und nehme mir ein weißes papier und tacker da mal was aus dann habe ich mir halt überlegt wie könnte man jetzt noch die frontseite gestalten und was könnte hier drauf kommen ich überlege gerade das wir gratulieren ist irgendwie ein bisschen klein ich glaube das wirkt hier besser und das happy birthday hier vorne drauf das happy birthday dann in weiß ja das machen wir und dann habe ich dieses stanzenset rausgesucht ich glaube das ist von action ich bin mir nicht 100 prozent sicher da müssen wir mal gerade einmal gucken welche größe wir da gerne hätten wir sind nur zwei leute die gratulieren aber kommen ist ja vielleicht auch nett wenn man noch einen text schreibt ne dann nehmen wir die dann nehmen wir das passt das noch mit drauf ach guck mal wie dafür gemacht wir hatten doch noch die die dingens hier kann man das mal einmal festmachen und einmal durch kurbeln die frage inwiefern ich das mehrfach ausstand für das happy birthday weil damit das erhobener ist wir gucken uns mal einmal gerade an die es wirkt einfach ausgestanzt dafür hatte ich bisher übrigens immer die nadeln hier hängen hier war doch gerade so ein stück draht damit geht das auch im normalfall erstmal die ganzen zwischenräume raus und danach können wir es daraus piksen erstmal ist es einfacher wenn man die zwischenräume raus hat da haben wir noch haben wir alle haben wir noch nicht ich glaube alles andere ist bereits zum lösen des papiers da ist noch ein a wenn ich hier pikse dann stupse ich das papier aus der stanzform dafür sind die löcher da schauen wir uns das ganze einmal an ja das wirkt auf jeden fall besser ins höher ist da würde ich jetzt sogar moosgummi nehmen und das moosgummi ausstanzen und letztes hier die frage hier wird natürlich dunkel gut aussehen da würde es sich anbieten überlege gerade ob ich sogar das damit mache das probieren wir aus und das stanze ich auf moosgummi auf weißen moosgummi noch mal aus die hier so schritt 1 jetzt gucken uns noch einmal das hier an wie das wird ob wir da auch dann vielleicht sogar noch mit weißen oder schwarzen moosgummi ebenfalls arbeiten dann kann ich das direkt zusammen machen so wir haben alles das heißt wir können es jetzt rausholen weil ich mich gerade frage ob das dann nicht zu dick wird mit moosgummi kann man nicht so gut lesen was halt ihr denn davon wenn ich das in dunkel mache ist nicht so gut das hat dann so was weiß wird auch nicht wirken aber ich könnte weiß drunter setzen oder umgekehrt das werden wir auch einmal ausprobieren ich habe doch hier überall so papierreste die reichen könnten guck mal wie dafür gemacht bin ich gespannt einmal ob das mit dem moosgummi so geklappt hat wie ich mir das denke hat er das durchgetackert sieht erstmal gut aus und mit dem hier das moosgummi hier hat die besonderheit dass auf der einen seite bereits sogar eine klebefläche ist das ist natürlich besonders cool muss ich nur gucken dass sie sich nicht schon löst das wird spannend ich glaube wir nehmen es mal doppelt das lässt sich nämlich tatsächlich ich weiß nicht aber es klug ist aber ich ziehe sie jetzt mal raus also die folie löst sich aber das macht erstmal nichts weil die bleibt gerade hängen lustig ist das denn das schaut richtig raus brussels arbeit für geduldige ihr könnt jetzt unser vorspulen ich werde jetzt hier nicht viel erzählen was so langweilig ist ich bin gerade einfach konzentriert dabei zu gucken dass ich alles habe hier hat sich was umgestülpt jetzt noch eins und jetzt muss ich einmal gucken jetzt müsste ich einmal das erste happy birthday aufkleben und dann weil sie doch selbst als moosgummi super aus jetzt hier mal die folie ab die frage ist inwiefern da überhaupt noch was papier drauf geklebt werden muss das hat ja auch eine haptik wenn ich jetzt das moosgummi einfach nehme auch eine schöne idee wenn ich so damit euch so drüber rede was sagt ihr ist eigentlich eine kluge idee wo ist mein draht hin jetzt nehmen wir die nadel ich glaube das versuche ich ich kann das papier ja immer noch drauf kleben wenn ich feststelle dass es mir doch mit besser gefällt da hält mich ja nichts von ab zwischen glaube ich kleben alle meine finger und das sieht doch gut aus das ist alles raus muss ich nur gucken dass wenn ich tatsächlich den anderen noch drauf kleben will dann muss das ja das moosgummi ist flexibel und das papier nicht aber wisst ihr was ich klebe das tatsächlich nur das moosgummi auf ist doch cool oder es ist ein bisschen es ist nicht ganz so weiß aber wie perfektionistisch sind wir wir sind nicht perfektionistisch nehmen das hier das gefällt mir nämlich gut und dann habe ich nicht dieses problem mit dass es nicht geschwungen nicht gebogen sein darf lediglich die kleinen reste die wollen wir nicht haben die entfernen wir noch so dann haben wir auf jeden fall das cover schon kann man doch lesen oder kommt nehmen wir entschieden ich könnte es in grün draufsetzen ich habe jetzt sogar versucht es gerade hinzukriegen aber ihr seht was ich meine dann wäre es so ein bisschen versetzt wir lassen das so das in ganz klar weiß tatsächlich ein tacken besser lesbar ist ach kinder das ist so wenn man nicht so recht weiß wie genau der andere der beschenkte guckt das ist kein bastler dem ich das schenke na komm es sieht schon besser aus mit dem weiß dann machen wir das jetzt auch dann ziehen wir das jetzt durch ich könnte jetzt sprühkleber nehmen ich nehme aber jetzt schnell hier so ein bisschen präzisionskleber trag das auf die breiteren stellen auf das sollte eigentlich genügen außen drum rum dann sind auf der sicheren seite so es ist nicht 100 prozent aber für mich passt es dann brauchen wir nur noch das hier und das muss ich noch aufkleben und das ist aber kurzer prozess mittig drauf und dass wir gratulieren das hatte ich noch mal in weiß ausgestanzt das gucken wir uns einmal an ob das einen unterschied macht und was ich überhaupt nach oben setzte also ich kann das weiß drunter setzen als quasi schatten das ist schon gar nicht schlecht dann hebt sich das andere mehr ab und ich kann es theoretisch sogar umgekehrt machen also dann so leicht versetzt eben habe ich auf der vorderseite habe ich versucht sehr gerade zu arbeiten wenn dann umgekehrt und glaube also ich doch meinen sprühkleber raus ja ist doch süß haben wir noch die wiederholung mit den pünktchen ich hätte auch ganz grünes papier nehmen können ich habe ja noch genug ich hätte sogar grünes moosgummi wäre es in normalgrün schöner ich habe ja von dem block noch seiten da krawumm nur versuch macht klug ich trenne mir das jetzt einmal halb durch weil ich keine diner vier kurbel maschine habe sondern nur eine double duty nach fünf das hier werde ich als karte als kartenrohling nehmen und wir haben jetzt hier ein blatt was ich noch mal nutzen werde um zu stanzen noch einmal dass wir gratulieren auszustanzen und dann entscheiden wir was uns am besten gefällt kleben ist auf fertig ist ratzfatz mal eben wieder eins meiner kürzeren videos ihr wisst ja aber für einen wenn man da halt jemandem eine besondere freude machen möchte dann dauert so eine karte schon mal auch ein augenblick länger ja gefällt mir doch besser ist klarer dann hole ich jetzt mein sprühkleber und wir machen den letzten schritt juhu wenn ich mit sprühkleber arbeite da habe ich immer so ein karton und da ist schmierpapier drin und da lege ich dann die sachen verkehrt rum rein dann kann man sie entspannt bemädeln ohne dass die umgebung sprühkleber abkriegt dann sollte man das sogar tatsächlich einen augenblick anziehen lassen also tatsächlich noch gar nicht direkt nutzen in der zeit kann man das schmierpapier perfekt entsorgen dann versuchen das zu zielen und ich sagte schon dass ich es leicht versetzt aufkleben will damit wir einen schatten effekt haben dadurch dass wir mit sprühkleber arbeiten hat man auch immer noch so ein bisschen möglichkeit hin und her zu schieben ich gebe jetzt mal das erste auf und kann dann hoffentlich mit dem zweiten besser arbeiten nee irgendwie nicht wenn es schnell gehen soll das ist doch immer wieder so ne komm 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 jetzt habe ich so lange gebraucht dass ich das ganze jetzt nochmal mit flüssig kleber unterstütze jetzt habe ich gleich nicht vergessen das vorschaubild zu machen ich will die heute noch verschenken die karte deswegen bin ich etwas in hektik kleben du sollst kleben nicht an mir sondern an dem papier so wir schauen uns das fertige ergebnis an ich sehe dass das hier übersteht warum weil ich ein bisschen was abgeschnitten habe ich erinnere mich du sollst auch nicht hier dran kleben na gut ich ziehe dich raus dann kann ich besser schneiden und wir gucken uns das fertige ergebnis an wir haben hier die karte man klappe sie auf und dann steht hier bitte langsam ziehen und dann zieht man hier langsam und zieht weiter er hat sich noch ein bisschen was verstreut und hier würde ich jetzt tatsächlich noch mal einer mit dem removable tape die einmal ein bisschen antackern dass die genau richtig angezeigt werden das stopp finde ich auch gut so tatatata nur noch unterschreiben karte fertig was sagt ihr? cool oder? macht schon was her ok ich sage mal bis bald 21 22 23 25 25 25 25 25 25 25 22 25 22 25 25